Ja, 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 genau. So wird schon das Leben so in Harmonie. Wäre in Harmonie. Ja, ja. Ja, ja. Einmal so. Masken. Ja. Einmal so habe ich gestanden in der Schlange, in dem Baumarkt und musste husten. Moment, Moment, ich zeige kurz hier. Das ist ein Mangobaum, ja. Ja, ja. Mango Baum, die sind aber andere Sorten, ja. Kleinen Mangos, aber die schmecken sehr gut, ja. Manga Madu? Ja, nein. So, apa namanya, Manga, apa namanya? Kanga. Bedanya sama Manga Madu. Kalo Manga Madu, kalo dipakai satu Rungu, ja. Perusak. Tapi kalo Manga dikani, pake perbulan-bulan, lebih bagus. Ja, also je älter die Früchte sind, desto besser. Die schmecken schon besser, ja. Darakanda, ja. Haben nur kleine Früchte, aber die schmecken schon gut, ja. Ja, kleine. Da sieht man ja auch noch. Ja, da sind auch schon Früchte da. Oben, ja. Darakanda. Normalerweise haben die, sind die Früchte etwa so groß, ja. Aber die sind, haben nur kleine Früchte hier. Darakanda. Sehr, sehr, sehr schön in Indonesien. Sehr schön. Indah. Bagus. Bagus ist schön, ja. Ja, auch Indah. Indah ist, heißt mehr schön, ja. Bagus heißt gut, ja. Das ist die Früchte. 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 Diese Ecke, also dieser Teil vom Tempel, ist auch schon sehr wichtig zu wissen, warum da so eine Mauer hinter dem Tor ist, ja. Das ist die Schützmauer auch, ja. Und das ist die Minderung der Rangda dafür. Ja. Rangda, Rangda ist der Busengeister. Das ist ein Rieser. Hexen, genau. Genau, Rangda. Ja. Ich zeige dir eine Maske. Ja. Rangda ist einige Döse. Genau, große Hexen. Da ist es, Rangda. Rangda Gesicht, ja. Das ist die Maske, wo wir zeigen. Das sieht man, du hast Rangda bei Baron Franz, ja. Auf Bali. Genau. Und da gibt es auch schon jede Zeit so Baron Veranstaltungen, ja. Dann zeigt dann auch diese Figur Baron, Asranga, ja. Also kann ich es auch sagen? Ja. 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 Genau. Ja. 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 in die schlechte Richtung hin und dann rechts in die gute Richtung. Das heißt, gute Geister. Normalerweise geht man ja rechts rum, weil man immer was Gutes haben will. Und dann Bösegeister zum Beispiel kann immer geradeaus reinlaufen im Tempel, aber da ist Schutz da. Das heißt, es wird im Tempel von Bösegeister irgendwie geschützt. Es ist Schützmauer. Da ist es Ramayana, ist aus Ramayana Geschichte, ja? Nee, nee, aber Rama. Aus der Fabel Ramayana, aus der Geschichte. Ah, Pranayama ist die Atem. Verbindung zwischen Körper und Geist. Ja. Amen. Vielen Dank.